Ja, hallo meine Liebe, schön, dass du da bist. Wenn ich Belting-Kurse anbiete oder Leute, die auf meiner Webseite landen und über das Thema Belting stolpern, kommt immer mal wieder die Frage, du Jasmin, was ist denn überhaupt Belting? Also wenn du das schon ganz genau weißt, dann ist das nicht das richtige Video für dich, sondern dieses Video ist richtig für dich, wenn du den Begriff schon mal gehört hast und er klingt verlockend, aber du weißt nicht, was ist es denn genau? Ich werde in diesem Video auf drei Punkte eingehen. Erstens ein paar Beispiele von bekannten Belting-Sängerinnen, dass du mit dir was vorstellen kannst. Dann, woher kommt der Ausdruck Belting? Und als drittes und letztes, sowie die drei wichtigsten, wie ich sie nenne, Hauptsäulen von Belting, also die gesangstechnischen Hauptsäulen, was da wichtig ist. Mein Name ist Jasmin Schmid, ich bin Sängerin und Vocal Coach und seit 20 Jahren ist Belting mein absolutes Lieblings. Thema und mein Spezialgebiet. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele Videos oder eigentlich gar keine Videos darüber gemacht und finde, es ist jetzt höchste Zeit dafür. Also beginnen wir doch mal mit bekannten Belting-Sängerinnen. Du darfst da gerne auch reinhören, damit du vielleicht hast du auch schon so eine Hörvorstellung, wie die klingen. Also Whitney Houston zum Beispiel, Celine Dion, Mariah Carey, Ariana Grande, Kelly Clarkson, Adele, Lady Gaga und so weiter. Du kannst dir sicher so ein bisschen im Ohr wie die klingen und stell dir jetzt nicht jeweils die erste Strophe vor, die häufig noch ein bisschen sanft ist, sondern wirklich so der zweite Refrain, der dritte Refrain, die Bridge, da wo es so nach viel Power klingt. Vielleicht hast du diesen Sound im Ohr. Wenn nicht, dann hör doch mal bei diesen Sängerinnen rein. Woher kommt der Ausdruck Belting? Da gibt es verschiedene Theorien. Ich kann es dir nicht beweisen. Ich kann dir nur sagen, was ich am wahrscheinlichsten finde. Also wenn ich Leute frage, zum Beispiel in meinen Belting-Workshops, woher denkt ihr, kommt der Ausdruck Belting. Da gibt es immer wieder so die gleichen Theorien. Ich zähle sie dir mal auf. Die eine ist Belting, dass das von Belt, also die Gürtel kommt, weil man beim Belten stark mit den Bauchmuskeln stützt, die auf Gürtelhöhe sind. Und ich kann es dir nicht beweisen, dass es nicht so ist, aber ich glaube nicht, dass Belting daherkommt. Dann immer wieder sehr kreativ. Belting kommt wie von Bell, also Glocke. Das hat auf Englisch zwei L's. Weshalb die Leute darauf kommen, ist, weil Belting einen sehr metallischen Klang hat und deshalb diese Assoziation mit der Glocke. Aber es wäre ein bisschen komisch. Bell, wie gesagt, hat zwei L und dass dann Belting nur noch ein L hat, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist für mich die wahrscheinlichste Theorie. Es gibt im Amerikanischen einen Slang-Ausdruck und der heißt to belt out. Und to belt out heißt losschmettern. Und ich glaube, daher kommt es, weil Belting hat auch wirklich dieses eben schmetternde, metallische. Also das ist meine wahrscheinlichste Erklärung. To belt out heißt losschmettern und daher kommt der Ausdruck belting. Was du noch eine andere Theorie gehört hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Doch jetzt last but not least ganz wichtig, wie baut es denn Belting überhaupt auf, gesangstechnisch? Und ich gebe dir da einfach eine kurze Übersicht. Ich nenne es immer die drei Hauptsäulen. Hauptsäule Nummer eins sind unsere Emotionen, unsere Körperspannung. Und was ich damit meine ist, dein erster Ton, als du auf die Welt gekommen bist und geschrien hast, das war ein Belting-Ton. Also selbst wenn du nicht weißt, was Belting ist, du hast bereits gebettet. Sicher als Baby. Weshalb? Als Baby hast du diese starke Emotion, beispielsweise wenn du Hunger hast, wenn du die Windeln voll hast und du hast ein Bedürfnis, das du ausdrücken möchtest, Kommunikation. Und das machst du völlig ungefiltert mit ganz viel Emotion, ganz viel Körperspannung und auch mit dem Gesicht. Und dann kommt dieser intensive Ton raus. Also das heißt, eine wichtige Voraussetzung für Belting ist wirklich Emotion, Kommunikation, Körperspannung, Gesichtsspannung. Es ist etwas sehr Expressives. Braucht man auch in einem Song nur, wenn man expressive Stellen ausdrücken möchte. Die zweite Hauptsäule ist das Thema Register. Register ist der Überbegriff für Bruststimme und Kopfstimme. Und dazu mache ich sicher mal ein separates Video, weil es da ziemlich viele verwirrende Meinungen dazu gibt. Belting ist Bruststimm-dominant. Das heißt, der Bruststimm-Anteil überwiegt in deiner Mischung. Was Belting nicht ist, ist wenn du einfach deine volle Bruststimme raufdrückst bis irgendwo. Das wäre ein schlechtes Beispiel von Belting. Wie gesagt, beim Belting dominiert die Bruststimm-lastige Mischung. Aber es ist eine Mischung, die auch Kopfstimm-Anteil drin hat. Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, Belting ist Zingen in der Bruststimme. Aber das ist dann sehr vereinfacht und ein bisschen gefährlich, wenn du das so interpretierst. Also zu Achtung, fertig, los, ich quetsche und drücke irgendwie meine Bruststimme rauf. Also es geht sehr häufig darum, so wie die richtige Mischung zu finden. Wie viel, wie wenig. Und der dritte und letzte Punkt, das sind so resonanztechnische Phänomene, damit es eben diesen schmetternden, intensiven Klang kriegt. Ich empfehle dir nicht, dass du das mit Kraft machst, sondern eben mit gesangstechnischen, resonanztechnischen Phänomenen. Das wäre einerseits, wären das so unsere Resonanzräume. Darüber gibt es von mir bereits mehrere Videos, also wirklich so diese ganzen, die ganze Geschichte mit dem Nasen-Rachen-Raum, damit du wirklich möglichst viel Resonanz drin hast von diesen Mitten und Höhen. Das wäre jeder eine Teil. Und der andere Teil, der mir auf dieser Ebene ist, ist der Thuang-Anteil. Dazu werde ich auch mal Videos machen. Also wie viel Thuang, wie viel Komprimierung, wie viel Metall hast du in deinem Ton? Natürlich gibt es noch viele weitere kleine gesangstechnische Aspekte, aber das wären wie so die drei Hauptaspekte. Emotion, Körperspannung, Kommunikation, Expressivsein. Das zweite, die richtige Registermischung, die definitiv Bruststimm-dominant ist. Und das drittes und letztes, wie kriegst du dieses Metall, diesen schmetternden Klang, ohne dass du mit Kraft singst, sondern indem du bestimmte Frequenzen, deine Resonanz ausnützt, indem du Thuang ausnützt. Das wäre so eine kleine Übersicht. To belt out, losschmettern. Die Belting-Sängerinnen habe ich dir aufgezählt und jetzt als letztes noch diese wie drei Hauptsäulen des Belting. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen rüberbringen, was Belting ist und dass du so eine Vorstellung hast, wenn du das noch nicht hattest. Weil sicher auch noch praktische Übungen oder Videos dazu machen, wo ich dir zum Beispiel den gleichen Satz gebeltet und nicht gebeltet zeige. Weil das gibt es ja häufig, wenn man zum Beispiel mehrere Refrains hat. Im ersten Refrain ist er noch nicht gebeltet, noch schön sanft und im zweiten ist er gebeltet. Das mache ich aber ein anderes Mal, weil es ist jetzt noch morgen früh. Ich bin noch nicht eingesungen und werde das mal in eingesungenen Zustand machen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Falls dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und gerne darfst du auch auf meiner Webseite vorbeischauen, jasminschmid.ch. Dort findest du auch immer die aktuellen Belting-Kurse drauf. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer du dieses Video schaust. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Tschüss!